Ja, willkommen zu Neuigkeiten von Adobe, von der NAB 2022. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein können. Viele tolle Neuigkeiten, zum Beispiel Frame.io ist jetzt direkt integriert mit Premiere und After Effects ist inkludiert in Creative Cloud Membership. Tolle Möglichkeit für Stakeholder Reviews, tolle Möglichkeit für Review und Approval, direkt integriert mit den Produkten. Darüber hinaus gibt es eine tolle neue Review-App, die man auf Apple TV 4K nutzen kann. Eine großartige Möglichkeit, um in wirklich toller Qualität mit zum Beispiel Regisseuren, Producern, mit Stakeholdern ganz generell in der Umgebung mit guten Viewing Environments Reviews zu betreiben. Aber es gibt mehr von Frame hier zu sehen auf der Show. Wir haben Camera2Cloud jetzt als deutlich erweiterte Option, Teradec nach wie vor unterstützt. Wir haben jetzt aber auch Support für Atomos und es funktioniert selbst auf einem iPhone mit Filmic Pro. Das heißt, dass man einen Upload direkt in den Cloud Storage von Frame lenken kann und dann zum Beispiel direkt in eine Edit Bay für jemanden, der mit Premiere arbeitet, wenn er im selben Projekt ist. Das bringt natürlich allerlei andere Konsequenzen mit sich. Zum Beispiel, wie gehe ich mit den Bandbreiten um, die ich dafür brauche, um das zu machen? Wie gehe ich mit Offline versus Online um? Wie kombiniere ich das so, dass alles gleich bleibt? Zum einen, Frame hat den Vorteil, dass es sowohl Offline als auch Online verwalten kann. Das ist in den Produktkern mit integriert. Das war von Anfang an der Plan, zu sagen, dass es nicht nur Proxys verwalten kann. Und das zielt natürlich weit über Review and Provo hinaus. Hier wird ein echter Produktionsworkflow dann etabliert. Bandbreitenprobleme lösen wir natürlich nicht selber, weil wir die Hardware dafür ja nicht bauen. Aber es ist sehr interessant zu sehen, dass hier auf der Messe mehrere Anbieter mit interessanten Lösungen, wie zum Beispiel Kombination von mehreren SIM-Cards in einen Production-Hotspot kommen. Wir sehen andere Lösungen, die versuchen, das über Satellite-Uplink zu regeln in Bereichen, wo 4G, 5G nicht wirklich sinnvoll anwendbar ist. Also da gibt es eine richtig große Entwicklung, die darauf hindeutet, dass Camera-to-Cloud absolut Produktionsrealität werden kann für alles, was diesen schnellen Turnaround braucht. Und wo man den Zweifelsfall in der Tat, den Prozess des Editing beginnt, buchstäblich in dem Moment, in dem jemand den Record-Button gedrückt hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.